Hallihallo Hallöschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Mistkäfer Sammelsimmunator 2016 mit dem Darky Priest Hallihallo und mit meiner Wenigkeit dem Knusswerkkorb Ja, Hi So, da nochmal zur Hinguckssicht Da ist unser Mistkäfer unser erster, wir wollen aber noch einen zweiten, dass wir gleich zwei mitnehmen können und das heißt also wir verziehen uns nochmal kurz in die Höhle in der Hoffnung da ist noch einer Ja, ich würde sagen, auf geht's Ja Let's geht's La 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 Wir sind jetzt gerade irgendwie in einem Hoch, ne? Wir haben den ersten Mistkäfer gefunden Wir wollen gleich noch ein Zweten mitnehmen Ja Ich habe so das Gefühl, das geht schief Ja Meine Todeshölle Das Anfangsstückchen laufe ich mal wegen dem Lade-Dings Nö, gut, wenn der immer drinnen raus geht's So Nö, ich laufe eigentlich an sich am Anfang, weil Hagen, jetzt weiß ich auch nach was ich suchen muss Die schimmern nur ein bisschen, die bewegen sich ja kaum Naja, genau Ach stimmt, du hast die ja doch, du hast die auch schon mal gesehen in dem Video Nee, habe ich nicht Ja, im Video, klar Ja, also die sind schon nicht klein, sage ich mal so Nee, sind sie nicht Aber die sind wandlungsfähig Bist du hinter mir? Nicht ganz, aber fast Achso, du nimmst nicht die Abkürzung wie ich Genau Geht ja hier gerade nur runter und runter Und hier ist dann Hier ist schon die Stelle, wo Da drüben ist eine Flattermaus Die zerflatter ich mal Nee, es sind mehrere Und Schlangen, kommt so Alles da Alles was wir brauchen Also die Schlangen sind mit meinem Vogel ganz gut zu handhaben Die Flattermäuse mit einer Drehung auch So, wo ist er? Nein Verfehlt Ich muss sagen, die Idee mit den Fluglis hier rein zu gehen ist gar nicht doof Okay, unten ist auch wieder Was los? Ich glaube, wenn wir ein paar mehr Leute wären Könnten wir zwei Landtruppen und zwei Flugtruppen wären Ich glaube, die Idealbesetzung Ja gut, aber wir sind ja nur zu zweit Du hast drei hinter dir, ne? Ja, ich weiß Ich versuch die ja gerade Ich bin dein Wingman Sehr freundlich Ich bin Guus Guusman Ja, ja, Guusman kommt Da war uns nur noch einer oder zwei Ich weiß es nicht Ich muss auf meine Stamina achten Ich habe mich gerade zu oft gedreht Ich sehe gerade nicht mehr Jetzt Down So, was fleucht und fleucht hier auf dem Boden rum? Schlangen? Warte mal, du Nimm mal bitte deinen Flügel aus meinem Gesicht Ich will erstmal nach einem Käfer gucken Weil theoretisch könntest du glatt den Käfer anhängen Schlange? Da ist ein Käfer Da ist ein Käfer, ich sehe ihn Ja, bleib mal in der Richtung Wo? Nee, 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 nee da rüber, wo die Schlange ist Da, wo du gerade warst, da ist ein Käfer Der ist so orange Den kannst du eigentlich glatt anpacken und raus Siehst du? Die Königchen? Nee Hier, ich bin fast über dem Geh mal drüber Ja, bin ich unter mir ist er Weil ich sehe den kaum Weil ich bin noch zu voll beladen Ich kann den nicht mitnehmen Hä? Ja, mach mal ganz ruhig Ganz ruhig jetzt Ja, ja, ich sehe das halt Der ist äh Hier Direkt unter mir jetzt Direkt unter mir Okay Ah, okay Ein orange und ein grüner, wie geil Die haben übelst geile Farben, muss ich sagen Ja, du hast Hab ich den? Ja, ich habe ihn Nice Und wieder raus Hier hoch, einmal gerade hoch bloß Ich komm dir hinterher Und hier lang Ich flieg langsam, oder? Ja, ja Gut, gut Bist du hinter mir? Ja, ja Also, ich frage mich nur nach 1000km Hä, nie zu nah Das sehe ich nicht mehr, wo ich hineinfliege Ich muss mal kurz den Timer anmachen und второй Fällt mir grad wieder ein Ach, der Timer, das ist so ein Ding für sich so Seitdem ich das neue Aufnahmeprogramm habe, habe ich kein Timer mehr, das ist doof Bist du hinter mir? Hallo? Ja, mail Mehr. Ja, gut, okay. Okay, okay. Okay, alles klar. Bin da, bin da. Bin da, bin down, bin down, bin down. Nicht down, da. So, hinter mir, hinter mir. Ja, gut. Da down, da down. Oh ja. So. Ich sehe Sonne. Sandschein. Ich sehe Sonnenlicht. Oh, warte mal, aber bevor du den absetzt, muss ich den anderen erst mal auf Passiv setzen. Sonst geht das vielleicht noch schief. Ja, mach das mal. Okay, fliege ich hier gerade? Nein, ich fliege nicht. Ja, hassen sie sich? Nee, aber, ja. Du siehst meinen Namen, ja? Ja. Ich habe mich gerade in der Richtung geirrt. Nee, ich glaube, der greift ihn trotzdem an. Gehe ich mal von aus zumindest. Deswegen setze ich mich mal kurz ab. So, und er macht dann mal auf... Oh, schaut euch mal den Käfer an, hä. So, du darfst noch... Der scharfiert im Licht, ey, in tausend Regenbogen fangen. Warte mal, warte mal, noch nie. Geil. Warte mal, noch nie, noch nie. Was, ich darf da mal meinen Zuschauern auch mal was zeigen, oder? Ja, ja, aber der hängt in der Tür fest. Aber da müssen wir dann einfach so eine Wand rausreißen. Das geht auch. Ich wollte gerade den anderen einfach sicherheitshalber mal kurz rausnehmen. Scheiße, jetzt hängt der echt in der Tür fest. Mach ihn doch passiv. Ja, habe ich ja. Aber jetzt hängt der in der Tür fest mit seinem dicken Arsch. Und jetzt komme ich nicht mehr... Warte mal. Alter, bei mir ruckelt es heute was zusammen, ey. Das ist doch nicht normal. Nein, doch nicht raus. Oh, du Idiot. Hallo. Gertraute. Hallo. Wollen die manchmal reagieren? Nicht raus. Lass den den Käfer da drin. Ich wollte ihn raustun, Mann. Warum? Käfer? Du bist doof. Der Käfer steckt jetzt in der Türe. Ja, ich glaube auch. Na, ist es so? Ich sehe es ja. Der Käfer hängt fest, ja. Das ist richtig. Ja, weißt du was? Ich stelle mich rein. Du hast den anderen Käfer einfach rein. Der kann ja nie weg. Der andere Käfer steht da weg. Warte, warte, warte. Geh weg. Warte doch mal. Warte doch mal. Ich muss doch erst mal mich hier drin absetzen, du Pfeife. Jetzt. Hau rein. Ja, der ist aber nicht drin, ne? Nein, ist er nicht. Oder? Jetzt. Ich habe einen Kampf. Und? Check. Okay. Also. Was haben wir eigentlich männlich, weiblich? Ist egal, ne? Ist egal, die haben kein Geschlecht. Ich muss jetzt erst mal kurz meinen Vogel ausleeren, damit ich ihn mitnehmen kann. Warte mal, ich habe hier einen Raptor. Oder einen Spucker. Das würde ich gerne behalten. Du machst die Kampfmusik, ja? Ja, ja. Und der Rest, den haue ich jetzt einfach alles weg. Alles fallen lassen, annehmen. Mistkäfer. Passiv. So. Kannst du nicht? Richtig. Ach shit. Käfer ist zu fett. Nimm erst mal den aus der Tür mit. Jetzt. Ich hätte gedacht, weil ich nämlich, ich erkläre es mal kurz hinzuschauen. Weil ich ein Dilophosaurus mir krallen konnte, dachte ich, dass ich auch so ihn mitnehmen kann. Aber wie es scheint, ist es nicht so. Ja, ja, jetzt. Ja, ich kann denn nicht. Na, danke, dass du mich mitnimmst. Danke, dass du mich mitnimmst. Lässt du mich wieder los? Danke. Das wäre sehr freundlich von dir. Ist das schön, dass du mal ein bisschen aus der Richtung gehst. Jetzt. Habe ich ihn? Ja. Ja. Ich mache die Tür zu. Wo ist jetzt meine Gertraude wieder hin? Alter, bist du doof? Alter. 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 Alter, wo willst du hin? Ist das gerade deren Ernst? Wirklich? Und jetzt hänge ich hier? Wirklich? Was jetzt? Hallo? 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 Internet-Connection lost. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Das ist schwierig. Ich glaube, ich habe gerade ein DC. Das ist nicht so schön. Okay. Annehmen. Ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Arc beitreten. Okay. Ich habe gerade ein DC, wie ihr seht. Ich komme auf meinen Sofa nicht mehr drauf. Danke, Internetanbieter. Ich mache mal hier einen kurzen Cut. Und dann, ja. Sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder zurück bei meiner Folge. Ich habe jetzt hier einen kurzen Cut gesetzt. Ja, habt ihr ja sicherlich mitgekriegt. Ich hatte gerade ein DC, für alle, die jetzt bei mir geguckt haben. WB. Ja, genau. Bei mir lädt es jetzt gerade noch ein bisschen alles nach. Darky ist schon fleißig unterwegs. Der ist, glaube ich, schon an der Base. Und ich müsste eigentlich jetzt... Ich bin schon wieder zurück. Ich will schon wieder das... Ich müsste jetzt eigentlich auf dich hier warten. Das ist doof. Ich fliege gerade zum Gehege. Alter, sehen die geil aus. Ich denke nicht. Alter, sehen die cool aus. Was denn? Na, der Käfer. Total kunterbunt, ey. Wie so ein Regenbogen sitzt der hier. Naja, den, wo du hast, ja. Alter, ist das cool. Der, wo ich habe, so gelbgrün. Vor allem ist der auch Level 95, ne? Der andere. Also der eine über 100 und der über 95. Naja, das sind voll die Schweine eigentlich. Naja gut, ich habe auch ein großes Kackakügelchen reingemacht, ne? Da haben die sich gefreut. Da haben die sich? Da haben die sich aber gefreut. Also da haben sie sich aber mal gefreut. Huch. Nein, ich wollte doch nicht meinen Vogel rufen. Gut, ich lade den ersten ab. Ja, auf Wandering können wir ihn ja dann stellen. Mach ich gleich, mach ich gleich. Oh man, umso länger muss ich hier doof rumstehen. Kannst du ja noch machen, ne? Aktiviere Wandern. Guckt er mich an? Oh, ist das süß. Hallo. Guckt mich an. Hallo. Guck, guck. Ich mich hinlege, ist noch geiler. Was ist das? Boah, hier gibt es gerade voll die Session bei mir, ey. Achso, und ich hab mir überlegt, ne? Da ich ja... Alter, voll geil. Da ich ja keine Screenshots jetzt mehr mache für meine Thumbnails, ne? Mach ich jetzt einfach immer mit Steam ein paar Screenshots. Und werde die auf meinen Steam-Account vielleicht öffentlich hochladen oder sowas. Einfach so nebenbei. Da kannst du ja machen. Wenn ich mal was screene, weißt du, so. Ist ganz cool. Ist vielleicht eine Idee. Aber ich vergesse trotzdem immer wieder. Oh, ein kacke Kügelchen. Jetzt mache ich eben den Mi an. Also die Map. Wo bist denn du? Bei 70, 70, 55, ne? So kann man das sagen, ja. Ich würde mich dann auch in die Luft stellen wieder. Du kannst ja zu diesem kleinen Berggipfel wieder fliegen. Und dann kann ich dich ja lotsen, theoretisch. Ja. Also ich bin gerade eigentlich, sind wir an dieser Spitze vom Fluss dort, wo dann das Sumpfgebiet dort dann anfängt. Ich hoffe, das findest du. Flatter mal los, Herr Flattermann. Ich flattere. Hätte ich ja vorhin gar nicht alles droppen müssen. Liegt das noch hier? Ne, ist alles weg, klar. Ah ja, gut. Scheiße drauf. Wie bitte? Cool, 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 cool. Cool, cool. Alter, endlich haben wir mal Kackkäfer, ey. Zumindest einer ist schon da. Einer ist schon safe. Der ist schon auf Wandering, ja? Ja. Ja, cool. Also ich bin ja eigentlich direkt am Sumpf, ja. Müssen wir auch noch hier, du weißt schon, den mit dem Segel hinten auf dem Rücken, den müssen wir auch noch holen. Äh, den, äh, den, äh. Die Maro, die Maritko. Ja, genau. Oder wie der heißt. Den müssen wir auch noch organisieren. Aber ich habe jetzt endlich, ich habe jetzt endlich mit zum Themen. Ich habe ja alles dahin mitgelassen, in der Hoffnung, was tragen zu können, aber... Nöö. Nö. Der ist einfach zu fett. Ja, wir müssen noch einen zweiten Adler holen. Ja, für sowas müssen wir dann nochmal einen zweiten holen, oder hast du recht? Also Adler sind halt doch ein bisschen schneller, ne? Naja, die können halt mehr... Nö, schneller nie, aber die können mehr tragen. Das ist ja das Ding. Äh, soll ich mich mal in die Luft bewegen, oder? Ähm, ich bin jetzt überm Ende des Sumpfes. Okay. Ich sehe bei mir einen weißen Biegen. Also ich habe ja kein Biegen. Doch, ich sehe einen weißen Biegen, oder? Warte, ja, aber der ist noch weit weg von mir. Links, rechts? Vor mir, weil ich gerade genau hingucke. Mehr Inland, oder? Der ist ja ziemlich am Strand. Ja, du musst noch weiter. Da unten, äh, auf der Map, wo diese drei Flüsse sich treffen, sozusagen. Da bin ich. Bei, bei 70, äh, 50, ne? Ja, oder in, in, 50, 52, sowas. Da treffen sich drei Flüsse. Obwohl sich überall drei Flüsse treffen. Das ist voll doof, eigentlich. Mann. Warte, halt. Ja, warte, halt. Halt, stopp! Es regnet, es regnet, der Darkie wird nass. Ja, der wird nass. Der Darkie wird nass. Der hat nämlich keinen Schirm mit. Ich halte mir mal die Map über den Kopf, so. Ich habe einen Regenschutz. Wo bleibst du denn? Na, ist ja gut. Alter, ist ja gut. Mann, ey. Ich bin jetzt beim Sumpf. Ja, hier ist überall Sumpf. Du bist witzig. Warte mal, die Map sagt... Hammer, ne? Ich bin jetzt bei... Bei? 73,62. Da bist du zu weit rechts, auf der Map. Du musst weiter links. Und ein kleines Stück höher. Links? Also wieder zurück. Wenn du bei 63 bist und eigentlich zu 52 sollst, ja, bist du zu weit links. Ich habe hier einen kleinen Hügel vor mir. Entschuldigung, bist du zu weit rechts? Ja, ja. Du musst weiter nach links. Ja. Du hast einen kleinen Hügel vor dir, ne? Ist das nicht der Hügel, den du vorhin schon mal hattest? Ich glaube... Ja, warte mal, ich flieg mal hin. Brr, 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 brr. Brr, 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 brr. kleinen welt noch zurechtzufinden ja es gibt ja dann noch kleinere maps mehr aber wir haben auch vor auch mal in der größeren map hier irgendwann mal wenn wir das spiel durch haben mal da zu spielen ja vielleicht oder mal wenn man mal viel geld haben habe ich den hängt noch hier unten der ist noch im käfig warte mal eben wirst du da nein nein ach man jetzt jetzt so map in welche richtung geht es denn eigentlich richtung großen vulkan also so eigentlich so hinter mir irgendwie wo bist du bist du richtung großen vulkan bist du Richtung großen vulkan ja schon klar aber wo ist der rennen vor fliegt ein stück höher siehst du doch unser unser metall vulkan denn sie ist ja über die ganze map ich meine ich bin richtig ja dann wirst du schon finden guck halt auf die map wende wird ich bin jetzt eigentlich klar in dem berg wo wir das kristall mal abgestaubt hatten da ist eigentlich gleich über drüber oder eke ist eigentlich grund soweit eigentlich simpel also ich bin eigentlich richtig ich bin auch eigentlich richtig eigentlich sind mit zehn meter von unserem gehege entfernt gewesen ja ich wollte gerade sagen hey das ist doch gleich hier ja ich fliege hier immer voll die scheiße ja genau ich bin da ich fliege mal zurück ach deswegen deswegen bin ich vorhin zurück geflogen da war ich auch richtig rucke weil ich bin jetzt bei uns daheim da ist ist wie schon immer alter ist gut mit ruckeln jetzt danke also bei mir ruckelt das gerade nicht mehr als hat gerade weil ich gerade am gehege angekommen bin hat sich das war fett angerugelt abgerugel hat er sich erst mal in gerugelt wer ist der ach so mein käfer hier krieg darum macht wie geil ist das süß die brauchen doch mist die haben doch hunger die brauchen noch mist oder kann fäkalien in öl und dünger verwandeln aber nur wenn wandering aktiviert wird also in öl und dünger okay das ist ja auch was ich baller bei dem man das gewicht hoch gewicht das hat er kaum gewichtet für achtung ich komme hallo zweiter aktiviere oder mal da ist klein kacke kürkischen bleibt immer weg steht schon auf wandering alles gut ist das süß du da neben dir ist doch ein kacke kürkischen du blödi das wäre mir echt einiges am rumlaufen ja langsam wird das ach cool ach ich freue mich ich freue mich glaubst du gar nicht so äh das war jetzt glaube ich bald die folge oder ja ja ne also wie gesagt wir suchen auch nach namen also wenn ihr irgendwelche ideen habt immer her damit müssen wir mal gucken ob die tröge dann vor allem hier liegt jetzt ein kacke kürkischen ja unter dem adler und da liegt noch ein kacke kürkischen 2 und 1 jetzt soll das mal die die schnellsten wurde die hallo sieht aus wie eine zecke hier ist ja hallo hier kacke kürkischen 2 der ist gerade ein bisschen doof jetzt habe ich es genau vor der in seine fresse geschmissen der ist ja doof oder musst du das in den rein schmeißen ich schaue mal was in die rein muss in der zweite jetzt hin laufen nicht schnell aber ist weg hallo wo ist er denn ist das der da ist er zurück ich habe mal was in den reingetan alles gut mal gucken vor allem haben die gerade mal nicht schon mal 10 gewicht verstehe ich nicht aber gesundheit 800 ausdauer brauchen die auch so viel krass gut okay du darfst wenn du willst was machst denn du hier haut er mal in die jungen er hat immer drinnen gerade man kann da in die tragen von den großen ja gut wir beobachten die sache mal würde ich sagen ich würde jetzt mal gerne noch mal kurz den eier suchen wo ist er wo ist er der ophiraptor hier ist er hast du schon was einstecken nein hast du nicht okay bin ich mal gespannt darf es weiter laufen so geil was hier los ist so ja wie gesagt ja wir haben wir langsam so ein richtig schönes geheg richtig soll ich mal den bronto laufen lassen na oder auch mit bronto darf nie laufen obwohl ich weiß aber der wackelt mir immer zu viel rum so die lichten auf dem gammelfleisch drinnen und fleisch haben wir hier drinnen aber keine bären ich weiß gar nicht ob die sich selbst von bären ernähren können hier im kran da unten ein affe ein legionären affe einer von drei hallo mitkäfer wie heißt er denn ich mag die mistkäfer ich finde die cool gib mir mal wie heißt er denn ich sehe ich doch nicht gib mir doch mal einen namen du affe ich habe doch keinen nein ihm wie heißt er denn ich sehe ich doch nicht er rennt immer gleich weg bei mir ist er gemeinschaftsaffe ach man na egal ach so ich habe ja den namen nicht an ich däp ähm gemeinschaftsaffe und hier ist er der baggis bodentruppe hier meiner ulu 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 affe ey was ne hammer hammer hier ist alles voller Tiere ja ich lasse mal den Bronto mit laufen ja mach mal ja naja also wenn wir dann noch T-Rexer haben und Spinus und so wird das Gebiet dann echt zu clean dafür zum Rundering für die großen ja aber jetzt kann ich den Bronto ja eigentlich erstmal rumlaufen lassen so äh ich würde sagen du kannst mal jetzt du mach ich du kannst mal was sagen jetzt mach ich dann würde ich sagen also gut meine lieben Freunde und danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Ark Ark Survival Evolved mit dem Knusperkopp ja anwesend und meiner Wenigkeit dem Darky Priest also bis zum nächsten Mal danke fürs Zusehen Tschüss Tschaui Tschau